z neun neun und herzlich willkommen zur dreizehnten folge ist die verfütte der Koenigsjahr 3 zu müssen so der Pechzahlen 13 13 rechte Pechzahl aber heute nicht denn heute wird was tolles gezogen und sogar nicht sieben gold premium gold set sondern acht stück ja ja das ist schon mal gründen da hoch zu geben nein ich bin nicht leicht und das niveau der videos glaube ich singt ein bisschen von mir ist jetzt aber auch egal ich war gleich auf an el-shara wie drauf sein erstes pack komm 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 wer ist dreht wer ist drin cool naja sniper noch so weil sie über das können auch noch verkaufen recht schnell weg in die tolle so na der war vorhin schon gelegt auf das bringt unglück wie da warst du bei leverkusen früher kommen er wird kurz einer mehr lieblingsvereine zeit im abwärts trend ja und ich bin unter die hunderttausend minzen gekommen und nein wer ist drin wechsel und andere typen jetzt für den kopf voll immer mal mit tschuldigung jetzt wollen bis nach gewalt aber 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 irgendwie so tut sie dich wieso tut die frau schneider sich sowas an wieso so ist meine frage wieso tut sich die frau schneider das an guck doch mal wieso schneider nein naja das war welches pack das zweite oder und ich bin wieder dreistellig ching chung china man drauf wer ist drin drittes pack für heute mein will man es so richtig geil 100 k plus ich glaube ich gehe ich ja nur bullshit guerrier drin wenigstens rare player heute der geht dafür was ja der gast okay die werte eigentlich das ist ein typ kann ich mir so schlecht immer mal auf die transferliste schaden tut sie nix um die alle wieder in den verein ja früher könntest du die verträge voll easy einfach verkaufen und jetzt ist das übel schwer weil fifa 14 ultime team fünf jahre geburtstag hatte und da solche gratis packs ausgaben mit ganz viel verträge und deswegen hat die ja jetzt verträge und so weiter was wer wird drauf sei ok alaba wird auf dem vierten set drauf sein alaba erst drehen überspringen erstes mal kein player fc bayern wappen gibt vielleicht was keine ahnung eigentlich müsste ich das ja abstoßen das mache ich aber ich bin ich so ich bin ich böse immer viel platz auf dem der transferliste und noch vier packs habe ich vor mir vier schöne tolle super klasse mensch schwarze oma packs und wenn sie drauf und drin der wird drin sein ich schließe meine augen und wer betritt sein bessie 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 messi 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 schon fertig nichts gehört weil ich mir sie besser gesagt wer sie bist du drin nein bist du nicht wo bist du besser ich habe die doch gerufen sie ist wohl den hoch und heiligen messi tanz vorführen oder was los messi tanz braucht man nicht die da könnte man mal drauf stellen ist eine legende den tue den verein legende tritt ein paar drei packern noch nur scheiß drin mensch bitte 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 einmal 100 k plus bitte das gleiche nochmal augen zu messi 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 bitte messi messi bitte 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 messi 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 schon fertig weil sich öfter mal eine auge und ist nicht ich kann nicht versprechen ist nichts drin ach man wieso wieso tust du mir das an die wieso tust du mir das immer an ich habe noch nichts gescheites gezogen meinen ganzen karriere der beste beste teuerste war wo die rulli war der beste teuerste la cantita nach der für tapo ist merkwürdig aber ein speck war man jetzt beim sechsten oder beim sechsten war man ja beim sechsten kommt das siebte und das achte drauf hoffentlich nicht drin augen offen lassen wann ich will mache ich die so eine geile karte ziehen bitte rodriguez ist gut ist guter spieler ja ist guter spieler Herr Schulz okay ist okay weil der Fehler hier ist er geht bis 750 Mützen oder für 850 oder irgend so was ach ach das ist doch echt scheiße naja ein pack habe ich noch für heute dann höre ich auch auf aufzunehmen weil heute deutlich kein glück ist ich habe ja schon die letzte folge aufgenommen die 13 der folge ist doch heute 13 der folge ist voll pech heute so recht so außer das letzte pack hat aber eben sich wer so drauf sein wer soll drauf sein wer soll drauf sein der dritte jetzt 23 ok aber 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 drauf ich schließe meine augen wir drücken kreuzten alle die fräger alle auch du du vom handy pc oder sonst was wenn es nichts drin ist ist deine schuld mal wieso mensch ist nur deine schuld habe ich den schon mal ich hätte so gern wenn sie und du kostet sich deine finger obwohl so schlecht das sage ich gar nicht oh man ich bin schockstört ein rechter flügel 68 tempo was falsch die kriegt man doch nie im leben verkauft so abstoßen und damit verabschiede ich mich für diese folge glaube ich für diese 13 der folge für diese pech folge ich hoffe euch hat das video gefallen servus macht's gut und ciao 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 ciao